Juden Dach zusammen, äh, Tim und ich haben uns mal wieder eine neue Challenge ausgedacht, na gut, so ne große Challenge ist es nicht, wir spielen einfach mal in eine der schwierigeren Zombie-Maps aus Black Ops 1, und zwar, äh, Moon. Und Tim, sag mal hallo. Guten Tag, moin, guten Abend, namaste. Ha, namaste, wo hast du das denn wieder aufgeschnappt? Keine Ahnung, außer irgendeiner Fernsehsendung, glaube ich. Soll auch mal sowas gut sein. Oh, woher auch sonst? Komm's. Ich bin schon da, bäh. Den kannst du noch mehr sagen. Los, 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 die rennen auf den Teleporter. Ah, ich bin doch schon, doch, uff, äh, bist du rot? Nö, wurde kein einziges Mal angehettet. Ich komischerweise auch nicht, die standen sich selber im Weg. Ja, das Thema auch. Ich hab diesen Spruch immer gar nicht. Welchen? Lebenserhaltungssysteme online. Den hab ich immer nur, wenn ich alleine spiele. Kriegt das immer nur der erste Spieler? Ja, vermutlich. Ach, die üblichen. Oh, der übliche Boss, der bei mir ist. Mr. Anthony. M-Anthony. Anthony? Anthony. Anthony. Iron Man heißt auch Anthony mit Nachnamen. Wird aber Tony genannt. Tony. Na dann rauf auf den Boss. Oh, das war knapp, ne? Da warst du fast weg. Da war ich fast weg, ey. X, ey. Na ja, fast weg ist ja hier so relativ, ne? Du wärst auf der anderen Seite des Raums wieder rausgekommen. Ja, ich finde, wir sind jetzt nochmal eine Runde hier. Du, ich kann jetzt gerade nur noch messern. Ich hab noch zwei Kugeln, die jetzt aber scheinbar auch nicht mehr sehr viel bringen. Hab ich schon mal gesagt, dass Black Ops leicht performancelastig ist? So, in Richtung... Läuft nicht flüssig? Ja. Glaube ich, hast du noch nie erwähnt. Oder? Glaube ich nicht. Cepiro. Wer denkt sich eigentlich diese ganzen Namen von diesen Bossen aus? Wenn du sowas auch Namen nennen willst. Oh. Ich kauf mal auf. Oh, ich würde auch aufgekauft. Nö. Okay. Oh, ist nö. Cool. Wollen wir mal den schwierigeren Weg nehmen? Mh, können wir. Tunnel 11. Ich mach. Okay. Ich finde den Weg immer ziemlich, ähm, verwirrend. Ist ja auch okay. Ja. Aber hier gibt's Zemtex. Das ist eine der wenigen Black Ops 1 Maps, auf der Zemtex-Granaten sind, oder? Oh, und wir haben keine Muni. Ähm. Oder hast du dir eine Waffe gekauft? Ich hab ein M14. Aber ich kann natürlich einmal den Weg nach vorne freischießen, dann kannst du dir auch noch irgendeine Waffe holen. Ich werde dich harschen. Oder hier, ist die PM. Hier kommt euer Tod. Oh, oder nicht. Hier ist ein Zombie-Di-Waffe. Hier ist ein Zombie-Di-Waffe. Einfach mal eine Zemtex-Granade an ihn geworfen. Mach ich auch mal. Oh. Funktioniert. Und wir haben es nie... Hey. Da hast du wieder Muni. Ja, aber ich bin leider down gegangen. Das ist doch kein Problem. So, ich will gleich zu random durch. Na, ich aktiviere nur mal eben den Teddy hier, oder? Hast du schon. Äh, ne. Kannst du machen. Möchtest du eigentlich Farbspiel machen? Ähm. Mal gucken. Ich lück mich da jetzt nicht fest. Aber ich will auf jeden Fall wieder hacken. Ach ja, du Hacker. Oh, scheiße. Jetzt hab ich zu wenig Punkte. Mann. Ich kauf auf. Und random ist hier unten. Fuck. Ah, können wir wenigstens schon mal Strom anmachen. Du hast einen Habt verloren. Oh, da war es... Das war gerade geschnappt. Hier ist übrigens dein Lieblingsperk, ne? Weißt du? Ja. Hier ist schon wieder ein Boss. Oh, die kommen heute richtig häufig. Tut das weh? Komm, ne geile Waffe. Wie die Zeit, deine beleidigtete... Ah. Jetzt weiß ich, warum ich den Weg hier oben nicht mag. Eng. Fühlt sich oft in den... Hast du etwa... Z-Carn? Wieso denn das Z-Carn? Weil ich geil bin. Du gehst einmal an die Rand... Du... Z-Z. Du gehst einmal an die Random und kriegst gleich die... Das hatten wir doch schon mal, dass du gleich als erste Waffe eine Wunderwaffe kriegst, ne? Ähm. Ähm. Verrückt. Nee, also häufig hatten wir... Du willst es immer noch nicht wahrhaben, dass... Ich der Gebieter... Das der Random bin. Ja, und was krieg ich? Eine einhändige CZ und ein malistisches Messer. Na, gehen wir gleich mal gucken, was ich da nochmal als zweit mache. Ich will ja nochmal nicht ran. Ja, zwölten oder sowas. Wer will sonst noch was? Werden wir mal gucken. Hier hab ich ja noch einen Pass. Gut. Ich sag ja schon nichts mehr. Ja. Will ich dir auch geraten haben. Das kann... Doch mal ballistisches Messer! Was soll die Scheiße? Oh. What? Oh, ich wurde gerade so hochgeschleudert, deswegen. Okay. Die Inflation bringt mich noch um. Ja, die Inflation ist was Schlimmes. Riecht nach Frühstück! Was? Frühstück? Ich will ja nicht wissen, was Tank noch so in sich reinfickelt. Äh. Mein Gott, wie viel hält er aus. Bringt die Zepgarn gar nichts? Ich weiß nicht, aber ich hab schon drei S-S-Sem-Tags reingebratzelt. Wenn ich hier wäre, wäre ich doch lieber ich. Juck. Mann, ist hier ein Punkt, ey. So, jetzt geht da gleich bei mir, Schrott. Hier, ich hab ein bisschen was. Oh, geil. Musik! Mein Gott, wie viele Schüsse hält der Sack hier auch. Ich hatte noch eine Zem-Tags aufgeworfen. Jetzt krieg ich nochmal die Random. Geh mal gucken, was ich bekomme. Das hat mich auch gewundert, wenn er noch... Haka. Ich hätte mich auch gewundert, wenn er noch mehr ausgehalten hätte. Also ich geh gleich auch noch einmal ran. Und da erwarte ich mal kein ballistisches Messer, sondern Raketenwerfer. Ähm. Oder so ähnlich. Ja, äh, Tim, weißt du, wie das Lied heißt? Ja. Okay, wer auch immer das Lied nennt. Das klingt eher wie so ein... Wie so eine ansteckende Krankheit. Virus. Hast du ihn schon wieder? Ja, eine alte, die nicht dauernd reinquatscht. Das könnte man würdiger ab und zu mal gut gebrauchen. Ah, das höre ich jetzt da nicht mehr. Du hast ja kein Anzug. Oh, scheiß Crawlab, so kommt die jetzt schon wieder. Dann machen wir doch das Farbspiel. Dann brauchen wir aber beide gute Waffen. Ich hab doch eine Zapgun. Ja, und ich hab eine CZ und eine M14. Ich muss sagen, die Laboratorien hier sind immer wieder geil. Ich find die immer wieder eng. Der Lied noch. Wo ist der Boss? Welcher Boss? Oh. Die Frawler sind ziemlich schnell diesmal. Oh. Ah. Hm. Das mein ich mit den Laboratorien. Oh. So, dann belebe mich wieder, damit ich noch schnell in die Random kann. Ach, darf ich. Warte, ich kann mal. Okay, dann geh ich mal eben schnell runter. Schön wieder in die Schwerelosigkeit. Kalt. Ja, ich kaufe nach oben auf. Ja, mach mal. Ich versuch mal hier unten zu überleben. Ich bin in der Kuppe jetzt. Was schon? Ja. Ernsthaft? Was? Raketenwerfer. Jetzt sag nicht, du wolltest den doch haben. Ich weiß, dass das eher als Gag gemeint war. Ja, das ist gut. Bringt mir auch nix. Oh. Bei dir weh ist jetzt ein bisschen was los. Ein bisschen was, sonst komm ich gleich zu dir. Kennst du, in der Kuppel spawnt ja irgendwie immer was. Ja, bei mir spawnt auch immer was, nicht immer mehr. Aber jetzt nicht mehr. Na, das ist gut. Aber ich nehm mal gleich... Meine Waffen sind beide leer. Scheiße. Ich geh hier durch die Kuppel mal durch, vielleicht find ich ja hier irgendwo Muni. Aber der... Danke. Schon mal eine gute Waffe. Na, welcher hast du gekriegt? RPK. Oh, ich hab das HK. Und Granatwerfer. Hm. Ich find, der ist so langweilig gepanscht. Der Granatwerfer? Ja. Also ich find, der dystopische Zerstörer sieht ja noch irgendwie Goyle aus. Du weißt, was ich mein. Äh, ist das die Kriegsmaschine? Ja. Doch. Ja gut, aber... Was bringt denn der gepanschte Granatwerfer in... Ähm... Hier, Black Ops 1. Weil ich meine Aufschlagzündung hatte doch auch so schon. So. Fliegst? Ja. Komm, kannst du jetzt gleich nochmal sagen, ich fliege! Ich hab da oben das eine Ding eingesammelt, was da gespawnt hat. Schreiner. Hörst du eigentlich dolles Rauschen? Darf ich das fragen? Äh, ja. Hast du doch schon. Nee, aber Rauschen höre ich nicht. So, ich kaufe nach da hinten schon mal auf, ne? Was aber der Tatsache geschuldet ist, dass ich meinen Zaun zu leise hab. So, jetzt zum Running Gag. So, schon mal aufgekauft. Falls nämlich gleich der... Ja, du magst die Laboratorien, ich mag die Kuppel eigentlich ziemlich gerne. Ja, ich muss sagen, ich fahre mich auch gerne, aber die Laboratorien, sie sind halt... Sie sehen nett aus, deswegen. So, aber Muni könnte ich wirklich mal gebrauchen. Wenn Gräber Epsilon ist, kommt, haben wir ein kleines Problem. Ach, nee. Gräber gab's ja auch noch auf dieser Map. P, 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 P. Welcher ist, P, ist das, ist P die Kuppel? Nee, das ist Epsilon. P ist, P ist, Tunnel 6. Also da, wo wir eh nicht waren. Ja. Aber ich mach, wollen wir den ausmachen? Oder wir sollten farmen, bis wir beide genug Punkte haben, dass wir Jugger kaufen können. Ähm, Jugger ist eh gleich nicht unten, ne? Nee. Als wir grad am Start unten waren, da war Jugger unten. Wir können natürlich auch jetzt schnell runtergehen. Und dann kannst du den Gräber aushacken. Dann kämpfen wir uns wieder bis hier hervor. Und dann können wir dann runter, wenn wir genug Punkte haben. Und dann haben wir beide Jugger wieder. Können wir uns mal eben um Mr... 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 Jetzt kann ich's nicht mehr lesen, weil er weg ist. Ähm, Maestas oder so ist der. Auch interessant. Das HK ist so langsam. So, ich will aber Gräber P noch ausmachen. Dann... Hast du den letzten Leben lassen, ne? So, dann wollen wir mal Gräber P aushacken. Okay, ist nicht der letzte... Ich seh noch drei, vier... Oder das letzte. So, dann komm. Ja. Nein. Oh, nee, du bist auf dem Genie. Warte, dann spring ich hinterher. Oh, wo geht der denn lang? Oh, der war knapp. Komm. Ich bin direkt drauf gelandet. Und ich? Auch. Oh, hier kommt ja noch was. Ja. Aber du hast Zapgun. Das ist gut. Ja. So, komm. Wenn der Gräber die Kuppel zerstört, haben wir ein bisschen ein Problem aus. Oh, ja, okay. Dann war's das mit Sau. Komm, du musst kommen. Komm. Okay, jedenfalls nicht wegkatapultiert. Lungen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Okay. Oder? Jetzt müsst ihr auf Speed kommen. Ja. Okay. Wir könnten uns beide auch noch Jugger holen, ne? So weit ist ja auch schon. Okay, jetzt müssen wir irgendwie überleben. Okay. Nein. Aus drei Metern konnte Sette ihr nicht zerreden schicken. So. Wo ist Pi? War es nicht immer irgendwie verdreht hier oben? Ja. Das stimmt jetzt aber. Ja? Ja, das ist das Pi. Okay, jetzt ist er aus. Ja. Okay, bei der Gelegenheit. Ich habe gerade hier den Tunnel, Tunnel 6 aufgekauft. Ja, ich gehe eben durch Tunnel 11 wieder. Oh. Jetzt frag mich nicht warum. Ich muss lebensmüde sein. Ich hasse den Tunnel. Ja, und ich möchte auch unbedingt meine Waffe umhacken, sodass wir die gepunchte Muni für weniger bekommen. Dafür müssen wir aber auch erst mal punchen. Drücken sie um. Ähm, ich könnte dir anbieten... Ja.